Die Schwerding-Spirus-Pibis. Und das geht hier in einem Laufendenband. Ja, noch mal ein bisschen Kopfschluck oder Kopf-Ausschluck in die Tasche stecken. Dass da nichts passiert, dass da keine Ausdust. Ja, wo kann ich gerade aufholen, wo geht es weiter. Die sind ja, die Deutschen sind gerade hier an mir vorbei. Und tut das trotzdem passiert. Wir haben eine tickenfreie Zone. Das ist auch wichtig. Für die ganzen Höchstreichstunden möglich. Auf der Tee, die hier zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder auf einer Weisterschaft. Ein kompletter Umstrung. Wir haben hier in der Kategorie Junior im Auge, Level 3, was sie können. Der Olympische Jäger steht in Vorher von diesem Jahr dabei sein. Es ist eine Sweet-Cheer Redence von our Razorbacks. Für das Football Team. Von TUS für das Zentrum. Herzlich willkommen. Der Olympische Jäger ist eine große Herausforderung. Die große Herausforderung ist eine große Herausforderung. R-E-E R.E.P.S.A. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018